Auf das Glück als steten Wegbegleiter kann sich Monika Schuckler offenbar verlassen. Wer im Hafen von Konstanz vorne am Steg eine Münze so wirft, dass sie auf dem Poller liegen bleibt, dem, sagen sie hier, wird Gutes wiederfahren. Monika Schuckler wirft dreimal, dreimal bleibt die Münze liegen. Die 26-jährige Inderin hat ein Stipendium für einen Forschungsaufenthalt in Deutschland bekommen. Ich liebe es, über meine Grenzen hinaus zu gehen. Ein Jahr in Deutschland sein zu dürfen. All die Arbeit, die Reisen, die Menschen, die ich kennenlerne. Es ist einfach toll. Mehr, als ich mir jemals erträumt hätte. Seit Herbst ist Monika Schuckler in Konstanz und vorstellt Wirtschaftswissenschaftlerin in einer alten Villa, die zur Fachhochschule gehört. Bis vor drei Jahren arbeitete sie in Indien für Goldman Sachs. Doch das Denken in Profiten und Investments hat sie ganz bewusst abgelegt. Die soziale Verantwortung von Firmen liegt ihr nun am Herzen. Corporate Social Responsibility. Deutsche DAX-Konzerne oder indische Großunternehmen. Soziales Engagement gehört für Monika Schuckler zu gutem Unternehmertum. Passende Projekte zu finden, dabei will sie den Firmen helfen. Für Unternehmen, die sozial aktiv werden möchten, ist es eine große Herausforderung, Ansprechpartner für die richtigen Projekte ausfindig zu machen. Meine Idee ist, dass sich Unternehmen eng mit ausgewählten Non-Profit-Organisationen absprechen und gemeinsam klar festlegen, was ein Unternehmen durch sein Engagement erreichen kann. Firmen und NGOs, die gemeinsam Gutes tun, für diese Idee reist Monika Schuckler quer durch Deutschland. Zwischenstopp Leipzig, wo sie einen Vortrag halten soll. Am Bahnhof erwartet Sivarun Kasyab, der wie sie ein Stipendium des Bundeskanzleramts erhalten hat. Vor drei Jahren lernten sich die beiden in Indien beim Studium kennen und starteten gemeinsam die Internetplattform. Für Unternehmen und Organisationen, die sozial aktiv werden möchten. Viel Herzblut hat Monika Schuckler in das Projekt gesteckt und ihren Kollegen beeindruckt. Monika ist ein Arbeitstier. Manchmal isst oder schläft sie nicht, bevor eine bestimmte Aufgabe erledigt ist. Mit so jemandem zusammenzuarbeiten, das ist großartig. Zwei junge Ideengeber, die für ihr Projekt werben. So treten die beiden Inder abends bei dem Vortrag auf. Das Publikum Leipziger NGO-Vertreter, die Projekte in Afrika betreuen und oft frisches Geld von Unternehmen benötigen. Für Monika Schucklers Internetplattform können sie sich auf Anhieb nicht so recht begeistern. Dafür für ihre Visionen. Total engagiert. Engagiert, couragiert. Sehr, sehr kämpferisch. Dass wir auch jemanden aus Indien mal hier haben und die sich so sehr engagieren und ihre Idee weiter voranbringen wollen. Und Akteure suchen, die sich daran beteiligen. Und ich finde es eine sehr spannende Idee. Was Monika Schuckler auf ihren Reisen, bei ihren Vorträgen erlebt, das bespricht sie mit ihrer Professorin in Konstanz. Annette Kleinfeld ist Wirtschaftsdozentin. Monika Schuckler hat sie sich als ihre Betreuerin ausgesucht. Als Mentorin für die Zeit des Stipendiums. Das ein oder andere Mal habe ich sie schon eingeladen. Und wir sprechen dann eben auch einfach über, ich sag mal, Gott und die Welt und Indien und Deutschland ganz allgemein. Auch vor dem Hintergrund, welche kulturellen Unterschiede gibt es. Aber vor allem auch, welche Gemeinsamkeiten gibt es. Und das finde ich eben immer sehr, sehr spannend. Es steht ihr im Grunde Tür und Tor offen. Sie wird bei Firmen eingeladen. Sie wird eben im Kanzleramt mal eingeladen. Das Ganze hat also schon eine sehr, sehr hohe Reputation. Es ist ohne Zweifel eine besondere Phase für Monika Schuckler, zu der auch ein bisschen deutsches Studentenleben gehört. Die junge Inderin wohnt in Konstanz in einem Studentenwohnheim. Auf keinen Fall aber möchte sie ihr Zimmer zeigen. Bei all den Reisen, erzählt sie, sei das Aufräumen ein wenig zu kurz gekommen.